so da sind wir auch schon wieder bei rette die welt es geht weiter mit der mission was sind schon namen also folge der spur aus vermessungs folge der spur aus vermessungs ausrüstung um las ehemaligen band kollegen sie zu finden kann nur in einer wüstenzone oder der thunder route 99 abgeschlossen werden also ich denke mal einfach nur sieben dinge finden die in der map verstreut sind so jetzt muss ich nur gucken hält es richtig als klar direkt abfahrt und anderen zusammen also kann doch in jeder mission machbar sein aber die extra ip holt uns natürlich trotzdem mit so und ihr wisst ja ladebildschirmzeit like zeit kommentiert seit wenn noch kein abonnent ist jetzt abonnieren wenn du mich schon öfters gesehen hast dann lass jetzt aber da und wegen unten im gewinnspiel ihr wisst es es dauert nicht mehr lang in dem video wird auf jeden fall definitiv noch mal die nächste zahl schon bekannt geben also macht euch auch da schon mal drauf gespannt in dem sinne würde ich sagen hoffe ich mal dass die aufgabe jetzt anfängt und wie gesagt abonnieren lohnt sich wirklich bei mir ihr werdet eigentlich immer was erfahren also tagesaufgaben sind eh immer da wochenaufgaben auch battle pass auch rette die welt versuche ich jede mission hochzuladen bzw hab bis jetzt jede mission hochgeladen mal gucken ob ich dann noch paar kleine tutorials mache weil wenn bei mir fragen aufkommen kommen bei jedem eigentlich fragen auf so ist doch mal ganz dumm hier geht erst mal die halbe map Entspannt euch schon mal, ey, das ist wie letztes der Anfang, ey. Total übertrieben. Nahtladegeschwindigkeit bin ich echt im Gelegen, das generell zu skillen, ey. Ja, was geht denn hier ab? Habt ihr mich hier trollen, oder was? Fallen macht er auch, ja. So, gucken wir erstmal nach der Ausrüstung, die Gruppe, da lassen wir jetzt erstmal, oh ey. Na gut, wir müssen aber viele Leute killen. Das Schlechte ist eigentlich nicht. So, wir gehen jetzt definitiv mal zur Ausrüstung. Ich kann mal hier sehen, wo ich bin. Oh Gott, die ist hier am Arsch der Welt. Ich hoffe nur, er hat da jetzt nicht einfach irgendwas liegen gelassen und das ist nur eine Probe. Und wir müssen Leute killen. Und zwar ziemlich schnell, ziemlich viele. So, so sehen die aus, die wir untersuchen müssen und davon halt insgesamt sieben Stück. Oh Gott, wie lange die leben, ey. Ich bin an dir. So, wie viel Schaden machen die denn, ey. Ich will eigentlich nicht meinen Bogen hier opfern. Aber, 140 Geekner noch. Ah, den Großen will ich eigentlich überhaupt nicht. Ja, das ist ein Theodolit. So nennt man diese Vermessungsausrüstung. Hab ich recherchiert. Sit muss hier irgendwo sein. Nein, was macht ich denn? Das ist ein Schadenfress, ey. Das ist abartig, ey. Geht nicht. Nö. Wer schießt denn hier noch auf mich? Hä? Ja, mein Bär. Ich hab den roten Punkt gesehen, aber mir auch nicht. Also 110 Geekner noch. Ach, was macht ne Ausrüstung? Nächste Verlade, ey. Ich bin ein Bär. Du bist kein Bär. Noch 5 Minuten. Der Sturm kommt näher. Du bist kein Bär. Ich war ein Bär. So. Ja, das ist jetzt aktiviert. Wie kommt das denn bis zu mir hoch? Vor allem, was macht der andere? Der ist nur ein Romayan, aber... Wann, 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 wann. Irgendwie spielt der andere ein bisschen schwer komisch. Ich bin ein Bär. Doch, Leute. Ich bin ein Bär. Ich muss nicht keine Munition schlafen. Nö. Munition. Nö. 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 Du hast jetzt noch 4 gefunden, davon. Der Messungsaufrüftung genau hier. So, ich hab das auch hier gefunden davon. So, ich hab jetzt auch 4 gefunden davon. Geht nicht. Oh, mir tut alles weh. Ja, der Mendo ist ja unbesiegbar. Ist das dein Ernst? Schön wär's! Platzbonus? Bonus, gut. Erst was wir hier die Mission nicht schaffen, das bringt alles nichts, was wir hier machen. 32 müssen wir definitiv noch wegholen, äh 22. Von hier kommt der ganze Welle. Oder auch nicht, die engen fest. So sind's noch 5. Ah, es gibt links mehr. Das ist schon gut. So, einer fehlt noch, einen werden wir wohl noch finden. Wie gesagt, ihr müsst halt sieben Stück davon finden. Ich denk mal, das ist wieder auf zwei, drei Missionen aufgeteilt. Da wäre das Ding auch locker. Wie gesagt, ihr müsst halt sieben Stück davon finden. Ich denk mal, das ist wieder auf zwei, drei Missionen aufgeteilt. Da wäre das Ding auch locker. Ich bin da drin. Ich muss gerade noch ein bisschen Rohstoff absammeln. Das haben wir immer gebrauchen. Na gut, die Dings habe ich jetzt voll. Na gut, das war's für dich. Das ist einfach ein Ort mit. Da warst du mir hinterher. Ich bin ein Wehr. Man muss die Munition sparen. Vor allem erstmal nicht wieder herstellen. Denkt man immer hart genug, Scheißdreck hat man. So, noch 50 Sekunden. Easy Aufgabe. Gut, für die Mission ist es halt ein bisschen eng, aber ich habe auch nichts übersehen auf der Map. Gut, da in dem Graubenbereich könnte noch was sein. Aber wie ich mir schon gedacht habe, ganz einfache Sammelaufgabe färbt, ich weiß es nicht. Jetzt zeigen wir, warum ziehe ich den langsam mal. Hallo. Yeah. Es wird zu gefährlich. Ich muss dich da sofort rausholen. Easy geschafft. Zwar ohne große Belohnung, aber die nächste Zahl ist schon mal die 0, falls es einen interessiert. Für die 10 Euro einfach die 0. Wie gehabt. Wenn noch kein Abonnent ist, hau jetzt ein Abo raus. Wir haben noch ein Lama, was wir öffnen können. Eine Lama haben wir noch. Eine Lama. Und das habe ich schon gemerkt mit mehr AP. Vor allem ist es gut, dass man die mal überall machen kann. Und nicht immer nur, nein, man muss das machen. Nein, man muss das machen. Also bis jetzt viel mit anderen zusammen. Das macht Sinn. Weil so viele sind jetzt auch noch nicht so weit. Oder halt auch schon deutlich weiter. Aber so Zwischenlevel ist immer ein bisschen schwierig. Da überhaupt jemanden zu finden. Und wie gesagt, wenn ihr mal Hilfe braucht, schreibt es einfach in die Kommentare. Los, Varrox hat es dann geschafft ins Video. Weil der Schrittverlauf geht irgendwie nicht weg. So, Kinderstürme, schön. So, dann habe ich gesagt, eins haben wir definitiv. Natürlich kein Upgrade. Oh. Ach, das war glaube ich von meinen Noten noch. Was denn? Ich hatte nur meinen Hunger. Äh, hier fehlen uns 90. Ähm, blablababum. Normales gibt, äh, die kann aber, glaube ich, in die Sammlung. Ja, wiederverwerten. Weil ich habe ja die legendäre Variante hier. So, jetzt könnte ich eigentlich die Rathara noch stärker waren, oder? Ja. Weil ich warte noch, bis sie wirklich kaputt ist. So, dann würde ich sagen, war es das halt mit der Aufgabe. Wie gesagt, ihr müsst sieben, man diese Ausrüstung. Mit dem Ausrufezeichen sieht man die. Also, eigentlich kann man da nichts falsch machen. Falls ihr doch irgendwie nicht klarkommt, schreibt es einfach in die Kommentare. In dem Sinne sage ich jetzt, haut reif. Ja.